Sie sehen Sie mit der Schmächte und stellen Sie viele Fragen. Ja, also bis zum Mittelpunkt steht. So, hier jetzt bei einem guten Tag, da werden wir das ein klein bisschen spielig rein sitzen, dass wir uns guten Tag gegenseitig starten, mit der Hand einfach flügig. Ein glücklich zu haben, aber ich weiß es, wenn wir dann sehen, noch mehr. So, hier jetzt bei einem guten Tag, da werden wir das ein klein bisschen spielig. So, hier jetzt bei einem guten Tag, da werden wir das ein klein bisschen spielig. So, hier jetzt bei einem guten Tag, da werden wir das ein klein bisschen spielig. So, hier jetzt bei einem guten Tag, da werden wir das ein klein bisschen spielig. So, hier jetzt bei einem guten Tag, da werden wir das ein klein bisschen spielig. So, hier jetzt bei einem guten Tag, da werden wir das ein klein bisschen spielig. Wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns. Wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns. Wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns. Wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns. Wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns. 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 Wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns. 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 Wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns. Wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns. Wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns. Wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns. Vielen Dank. 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 Es war nur schön, doch meine Kante war im Sinn. Ding, 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 ich fühl das Eierzeug, wahrscheinlich noch ein großes Lauf und schlussend bin ich klein. Nee, war nicht zu verspüren. War es für ein Geräusch? Eines Tages hörten die beiden Vögel ein merkwürdiges Geräusch, das aus dem Eikang. Zuerst war es sehr zart und kleidig, dann aber wurde es allmählich lauter und kräftiger. In dem Eikang bewegte sich etwas und tickte immer wieder gegen die Schale. Jetzt ist er aber wieder zu niedrig, ne? Ich meine, vom... Ja, aber du musst vorstellen, das ist hier voll. Ja, so, jetzt kannst du dich wieder hinsetzen. Ui, jetzt ist voll mein Schuh aufnett. Ach so, ja. Ja, so, ja. Dann endlich war es so weit. Eines Tages hörten die beiden Vögel ein merkwürdiges Geräusch, das aus dem Eikang. Zuerst war es sehr zart und kleidig, dann aber wurde es allmählich lauter und kräftiger. In dem Eikang bewegte sich etwas und tickte immer wieder gegen die Schale. Ich bin fünf Jahre im Zordöschen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Schachtes der Morgen die Träume verliebt Schachtes am Himmel die Sonne aufgiebt Musik Schachtes der Morgen die Träume 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 Schachtes der Morgen die Träume Musik Schachtes der Morgen die Träume Amnesty, du bist, du bist, amnestyler. Amnesty, du bist, du bist, amnestyler. Ein kleines Vogelbaby war fast von einem großen Vogel geworden. Er hatte das Fliegen gehört und viele andere wichtige Dinge, die ein Vogel wissen wollen. Als der Tag kam, an dem der jungen Vogel sofort fliegen wollte, nahm das Vogelhändchen sein Watschen in den Hand und beide Wänden in den Küsten noch lange nach. Amnesty, du bist, 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 La-la-la. La-la-la-la-la. La-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la. Make-on man's fully ready to start there, most of us are a point of the death, make-on man's fully ready to start there, not just as you know of the destiny. La-la-la-la-la. 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 Applaus Die beiden Vögel begannen fröhlich miteinander zu singen. Sie fühlten sich schon gar nicht mehr so wie Fremde. Sie sangen und tanzten miteinander bis in die Nacht und konnten kein Ende finden. Die beiden Vögel begannen. 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 Musik 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 Musik